Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play The Get Out Online, GTA Online. Und da hat mir doch einer geschrieben, meine Nummer. Die zeige ich euch jetzt nicht, ihr könnt ja mir eure Handynummer da lassen, ich rufe euch dann an und so. Und dann können wir so zocken. Wann kommt das nächste FA-Video? Äh, das nächste FA, das nächste FA. FA, ich weiß gar nicht, was FA heißt. FA, äh, Fackel oder irgendwas. Das nächste Fackel-Video oder... Nö, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht sagen, was FA bedeutet. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. So, wir müssen heute mal zu Pegasus. Aber vorne sehe ich doch schon in Chat fliegen. Moin, moin, alles klar bei dir, wie geht's dir so? Oh, Trigis. Na, los, komm her. Das sieht jetzt aus wie Tekken. Komm, Tekken, hörst du Tekken? Oh. Da. Ciao. Oh, 10 Dollar hast du dabei gehabt. Ist ja nicht viel. Einmal zu McDonald's und das Geld ist weg. So. Oh, hier ist ein Chat. Jetzt hoffe ich, dass er in die Richtung von mir fliegt. Oh, komm her. Guck mal hier, was hab ich denn da drauf? Sieht aus wie Hello Kitty oder sowas. Oh, hallo, Kutschi. Dieses komische Japan-Säug da. So. Die Tür ist schon mal auf. Jetzt laufe ich doch mal nach vorne. So. Sind wir gleich da? Jetzt hoffe ich nur nicht, dass er mich gleich abknallt. Moin, moin. Warte, ich komm rein. So. Dann starte mal das Ding. Und was ich so geil finde. Das will ich euch mal zeigen. Drückt Select. X. Oh, äh, Dreieck. Oder wie du nennst? Kreuz meine ich. Kreis oder so. Und was habt ihr? Ihr seid mitten im Cockpit drin. Ich finde das einfach eine geile Kombi. Moin, moin. Bring uns ja nicht um. Uuuh. Oh je. Oh je. Das sieht gefährlich aus, Leute. Ich werde aber jetzt gleich aus diesem Flugzeug aussteigen. Ist doch in Ordnung, dass ich jetzt hier gleich aussteige, oder? Also ich steige jetzt aus dem Flugzeug raus, okay? Die Tür klemmt. What the fuck? Also ich steige jetzt aus. Fliege mal ein bisschen höher. Boah, bam. Oh, ich hab's erstmal begangen. Ich dachte schon, ich überlebe das, aber es war ein bisschen zu niedrig. Weil ich bin nicht so geklitten, so wie, so wie so ein Brett. Ah, komm her. Was los? Bam. Oh nein, die Bullen. Nicht schon wieder. Das ist auch so ein Problem hier. Was hat denn der für eine coole Knarre? Lass mich mal in Ruhe. Oh. AK-47. Wollte eigentlich einen Base-Jarm machen. Ah. Jetzt sterbt endlich. Jetzt muss ich ganz schnell Pegasus anrufen. Dass er uns mal ein neues Flugzeug besorgt. War ein bisschen Base-Jarm, hab ich jetzt echt mal Bock. Ein bisschen. Äh, Pegasus, wo bist du? Das sieht aber nicht aus wie Pegasus. Oh Gott. So. Jetzt muss ich alles gleichzeitig machen hier. Bullen töten. Von der Polizei abhauen. Und natürlich Pegasus anrufen. Mit dem Schamal bestellen. Ja, für die Leute, die GTA 5 ja spielen. Die Preise sind natürlich nach unten gegangen. Man verdient in den Missionen weniger. Aber zum Beispiel ein Flugzeug jetzt zu rufen, kostet jetzt nur noch 200 Dollar. Ja, damals musste man ja, wisst ihr ja wahrscheinlich, 1000 Dollar bezahlen. Wenn euch ein Flugzeug kaputt gegangen ist, bin ich ein bisschen übertrieben. Ehrlich. So. Oh, ich will den nicht mehr treten. So. Hili ist auch am Himmel. So, den lasse ich lieber. Den lasse ich lieber. Oh Baby, da ist er. Guck ihn euch an. Oh, herrlich. Baby, es läuft. Der R-Emo. So, was ist das da vorne? Ich muss losfliegen, sonst bin ich tot. Oh. Oh. Fuck. Notlandung. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir was geil ist. Jetzt machen wir was richtig geiles. Was verboten ist. So, und zwar machen wir folgendes. Wir fliegen jetzt mal ein bisschen höher. Genau so. Steigen einfach mal aus. Und zwar jetzt. Und folgen dem Flugzeug. Wo ist es? Guck mal, wir sind jetzt ungefähr. Ja doch, kommt doch auf jeden Fall hin. Guck mal, wie das runterrast. Juuu. Upa. Und wer da drinnen gerockt ist, der ist tot auf jeden Fall. Ah, unten ist da Vellum. Laten wir auf dem Ding. Bup. Moin, moin. So. Tück. Tück. So. Was hat man denn da? Da ist ja ein cooles, cooles Teil. Das nennt sich Vellum. Ist sehr gut für ein paar Freunde. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Vellum ist natürlich das Flugzeug, was am besten aussieht im Online-Modus. Von den ganzen Waffen, äh, von den ganzen Flugzeugen. Das eignet sich hervorragend, um den Strand unsicher zu machen. Den Strand, genau. Wir fahren jetzt zum Strand, Leute. So. Ich muss das Teil noch abheben. Ist natürlich ein bisschen langsamer als das Teil, das Ding. Als das, äh, als das Schamal. Aber ich meine jetzt den Strand unsicher zu machen, dann reicht das. Was war das jetzt? Was war das für eine Explosion? Pass auf, ich muss noch mal ein paar, paar, paar. Ey, wo sind die ganzen Chiller hin? Komm, steig, 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 steig. Ja, da. Das ist ein Panzer? Ah, fuck. Xbox hat mich erledigt. Äh, Xbox hat mich erledigt. Ja, das war's wieder mit Let's Play Together GT Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt es auf die PS3 oder in die Kommentare. Wobei ich natürlich nicht jeden, äh, antworten kann. Googelt, wo sie scheißen. Ciao.